Angelo Kelly, geboren am 23. Dezember 1981, ist ein berühmter Musiker, Sänger und Produzent, der vor allem als Mitglied der Familienband The Kelly Family bekannt ist. Er ist das jüngste Kind einer Familie mit zwölf Geschwistern und wuchs schon in jungen Jahren in einem kreativen und reichhaltigen musikalischen Umfeld auf. Die Kelly Family wurde in den 1990er Jahren für ihre emotionalen Lieder und ihren dynamischen Auftrittsstil berühmt und Angelo war ein wesentlicher Teil ihres Erfolgs. Angelo lernte seine Frau Kira Harms kennen, als er gerade 18 Jahre alt war. Das Paar verliebte sich auf den ersten Blick und beschloss 2002 schnell zu heiraten. Zusammen gründeten sie eine glückliche Familie mit fünf Kindern. Gabriel, Helen, Emma, Joseph und William. Angelo und Kira traten in den 22 gemeinsamen Jahren stets als vorbildliches Paar in der Öffentlichkeit auf und unterstützten und begleiteten sich gegenseitig bei alten musikalischen Aktivitäten und im Alltag. Doch im Jahr 2024 enthüllte Angelo plötzlich ein Geheimnis über seine Ehe, was in der öffentlichen Meinung und bei den Fans für Aufsehen sorgte. Angelo erzählte, dass er trotz seiner tiefen Liebe und seines absoluten Vertrauens in seine Frau immer noch Zweifel an ihrer Loyalität hatte. Dieser Zweifel rührt nicht von konkreten Handlungen her, sondern von der Angst und Unsicherheit in ihm. Er macht sich Sorgen, ob ihre Liebe und Bindung angesichts des öffentlichen Lebens und des Drucks von außen stark genug sein werden, um alle Herausforderungen zu meistern. Die Ehe von Angelo und Kira hat viele Tragödien und Herausforderungen durchgemacht. Es gab Zeiten, in denen sie unter dem Druck der Arbeit, der Medienaufmerksamkeit und den Schwierigkeiten bei der Kindererziehung fast zusammenbrachen. Doch dank Liebe und Ausdauer überwanden sie alles und wurden stärker. Eine der größten Tragödien für dieses Paar war, als bei ihrem jüngsten Sohn William Autismus diagnostiziert wurde. Dies war ein großer Schock für die Familie und Angelo musste sich mit komplexen Emotionen auseinandersetzen, von Schmerz und Wut bis hin zu Hilflosigkeit. Doch mit Kiras Unterstützung und der bedingungslosen Liebe der ganzen Familie lernte Angelo, die besten Methoden zur Unterstützung seines Sohnes zu akzeptieren und zu suchen. Während ihrer 22-jährigen gemeinsamen Reise haben Angelo und Kira viele wertvolle Lektionen über Liebe, Vertrauen und Geduld gelernt. Sie haben sowohl glückliche als auch schmerzhafte Momente erlebt, aber sie haben immer aneinander und an ihre Familie geglaubt. Angelo gab zu, dass es trotz seiner Momente des Zweifels und der Sorge Kiras Liebe und Aufrichtigkeit war, die ihm half, alle Schwierigkeiten zu überwinden. Die Liebesgeschichte von Angelo und Kira ist ein Beweis dafür, dass wahre Liebe nicht nur aus süßen Momenten besteht, sondern auch aus Mitgefühl, Teilen und dem gemeinsamen Bewältigen aller Herausforderungen. Angelos Enthüllung der Geheimnisse seiner Ehe ist nicht nur eine persönliche Geschichte, sondern auch eine Erinnerung daran, wie wichtig Vertrauen und Ehrlichkeit in jeder Beziehung sind. Angelo Kelly ist nicht nur ein talentierter Künstler, sondern auch ein Familienvater, ein Ehemann und Vater, für den Liebe und Familie immer an erster Stelle stehen. Sein und Kiras Leben ist eine emotionale Reise, mit Höhen und Tiefen und Tragödien, aber auch voller Hoffnung und Glauben an die Zukunft. Seitdem Angelo Kelly das Geheimnis seiner Ehe gelüftet hat, hat er viel Unterstützung und Sympathie von der Öffentlichkeit und den Fans erhalten. Er erzählte, dass die Auseinandersetzung mit seinen inneren Zweifeln und Ängsten ihm nicht nur half, sich selbst besser zu verstehen, sondern auch seine Beziehung zu Kira tiefer und aufrichtiger machte. Angelo sagte, dass einer der wichtigen Faktoren, die ihm und Kira helfen, eine nachhaltige Ehe aufrecht zu erhalten, die Fähigkeit sei, offen und ehrlich zu kommunizieren. Sie zögern nicht, ihre Gedanken, Gefühle und Sorgen miteinander zu teilen. Gegenseitiges Verständnis und Mitgefühl halfen ihnen, die schwierigsten Zeiten im Leben zu meistern. Ein weiteres denkwürdiges Ereignis im Leben von Angelo und Kira war, als sie beschlossen, das laute Stadtleben zu verlassen und auf das friedliche Land zu ziehen. Diese Entscheidung hilft ihnen nicht nur, sich vom Lärm und Druck des öffentlichen Lebens fernzuhalten, sondern schafft auch die Voraussetzungen dafür, dass ihre Kinder in einer frischen, naturnahen Umgebung leben können. In ihrem neuen Zuhause bauten Angelo und Kira gemeinsam eine kleine Farm, auf der sie Gemüse anbauten, Hühner züchteten und ein einfaches, aber sinnvolles Leben führten. Angelo erzählt, dass das Leben auf dem Land ihm und seiner Familie geholfen hat, Ausgeglichenheit und wahres Glück zu finden. Auch ihre Kinder entwickeln sich besser, wenn sie in einer natürlichen Umgebung leben und weniger von Technologie und Medien beeinflusst werden. Während dieser Reise hörte Angelo nie auf zu komponieren und aufzutreten. Er trug weiterhin zur Musik bei, nicht nur als Solokünstler, sondern auch mit seinen Geschwistern in der Kelly-Family. Angelos Lieder enthalten immer echte Emotionen und persönliche Erfahrungen, wodurch seine Musik immer eine besondere Verbindung zu den Zuhörern hat. Neben der Musik beteiligt sich Angelo auch an vielen wohltätigen und sozialen Aktivitäten. Er und Kira gründeten einen Wohltätigkeitsfonds, um autistische Kinder und Familien in schwierigen Umständen zu unterstützen. Sie organisieren regelmäßig Spendenaktionen und beteiligen sich an Gemeinschaftsprojekten mit dem Ziel, den weniger glücklichen Hoffnung und Hilfe zu bringen. Angelo Kellys Leben und Karriere sind eine inspirierende Geschichte über Liebe, Ausdauer und die Überwindung von Schwierigkeiten. Er hat bewiesen, dass wir, egal wie schwierig und herausfordernd das Leben ist, mit Liebe und Glauben alles vollständig überwinden können. Angelo betonte auch, dass das Akzeptieren und Konfrontieren mit inneren Zweifeln und Ängsten der Schlüssel zum Aufbau einer dauerhaften und glücklichen Beziehung sei. Auch Kira, die Frau, die immer an Angelos Seite steht, spielt in dieser Geschichte eine wichtige Rolle. Sie ist nicht nur eine Quelle spiritueller Ermutigung, sondern auch eine Begleiterin und Vertraute von Angelo. Kiras bedingungslose Liebe und Unterstützung halfen Angelo, die schwierigsten Zeiten in seinem Leben und seiner Karriere zu überwinden. Die Liebes- und Heiratsgeschichte von Angelo Kelly und Kira Harms ist ein Beweis dafür, dass wahre Liebe nicht nur auf süßen Versprechen, sondern auch auf Engagement, Aufrichtigkeit und Standhaftigkeit basiert. Sie haben bewiesen, dass mit Liebe und Aufrichtigkeit alle Schwierigkeiten überwunden werden können und wahres Glück immer im Leben vorhanden sein wird. In den kommenden Jahren plant Angelo Kelly, seine musikalische Reise fortzusetzen und gleichzeitig mehr Zeit mit seiner Familie und philanthropischen Aktivitäten zu verbringen. Er hofft, dass seine Geschichte viele Menschen inspiriert und ihnen Hoffnung bringt und ihnen hilft, an die Kraft der Liebe und Standhaftigkeit zu glauben. Angelo Kellys Karriere war eine beeindruckende und reiche Reise, die mit der musikalischen Karriere seiner Familie und seinen persönlichen Beiträgen verknüpft war. Hier ein detaillierter Blick auf seine Karriere. Angelo Kelly wurde in eine Familie mit langer musikalischer Tradition hineingeboren. Er ist das jüngste Kind der Kelly-Family, einer Künstlerfamilie, die für die Band The Kelly Family bekannt ist. Die Band wurde von Angelos Vater Daniel Kelly und seiner Stiefmutter Barbara Ann gegründet. Schon in jungen Jahren nahm Angelo an Familienaufführungen teil und begann, verschiedene Musikinstrumente wie Schlagzeug, Gitarre und Klavier zu spielen. Die Kelly Family wurde in den 1990er Jahren mit Hits wie An Angel, I Can't Help Myself und Fell in Love with an Alien berühmt. Die Band zeichnet sich durch ihren Musikstil aus, der Folk, Pop und Rock mit lebendigen und energiegeladenen Auftritten verbindet. Angelo trug als Sänger und Musiker maßgeblich zum Erfolg der Gruppe bei. Er trat nicht nur auf, sondern beteiligte sich auch am Komponieren und Produzieren vieler Lieder der Gruppe. Nachdem die Kelly Family Anfang der 2000er Jahre eine Pause eingelegt hatte, begann Angelo seine Solo-Karriere. Im Jahr 2006 veröffentlichte er sein Debütalbum I'm Ready, das viele positive Kritiken von Kritikern und Fans erhielt. Angelos nachfolgende Alben wie Lost Sons 2007, The Traveler 2010 und Offroad 2011 festigten weiterhin seine Position in der internationalen Musikindustrie. Im Jahr 2017 beschloss die Kelly Family, sich wieder zusammenzuschließen und das Album We Got Love zu veröffentlichen, was die beeindruckende Rückkehr der Band markierte. Dieses Album hatte schnell großen Erfolg, erreichte die Spitze vieler Musikcharts und wurde von alten und neuen Fans herzlich aufgenommen. Angelo hat zusammen mit seinen Familienmitgliedern viele internationale Tourneen durchgeführt und dem Publikum emotionale Auftritte und unvergessliche Erinnerungen beschert. Neben seiner Musikkarriere hat Angelo Kelly auch viel zur Kunst und zur Gesellschaft beigetragen. Er hat an vielen Wohltätigkeitsprojekten teilgenommen, insbesondere an solchen, die autistische Kinder und Familien in schwierigen Umständen unterstützen. Er gründete außerdem einen Wohltätigkeitsfonds, um den weniger Glücklichen zu helfen und veranstaltet regelmäßig Benefizveranstaltungen. In den letzten Jahren hat Angelo Kelly seine Musikkarriere mit vielen persönlichen Projekten und Kooperationen mit anderen Künstlern fortgesetzt. Er komponiert und veröffentlicht ständig neue Musikprodukte und beschert den Fans stets einzigartige und emotionale Musikerlebnisse. Auch an die Leute in der Zukunft, wir zeichnen das auf. Insofern gehen wir davon aus, dass auch einige sich danach dieses Video anschauen werden. Ich heiße Christina, ich darf dieses Webinar moderieren, gemeinsam mit meiner Kollegin Sandra Wille von der Deutschen Schulakademie. Guten Abend auch Sandra. Grüß dich. Hallo. Hallo, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank. Wir haben ein buntes Programm zusammengestellt für Sie. Nicht nur in dieser Themen, also nicht nur in diesem Webinar, sondern insgesamt in der Themenwoche. Sie wurden vielleicht auch schon versorgt mit vielen Informationen. Es warten ein unglaublich, ein unglaublich buntes Programm auf Sie. Heute ging es so richtig los mit Webinaren und so weiter. Wir haben jeden Morgen eine Radiosendung, ein Morgenkreis. Es gibt ein Tagesbriefing, es gibt Abendveranstaltungen. Also es ist ein Potpourri aus vielen Möglichkeiten, an denen Sie beteiligt sein können. Wir freuen uns über das große Interesse an unserem Webinar heute hier. Vorab vielleicht noch einige Hinweise. Wir haben zwei Impulsgeber hier, die ich auch kurz auf die Bühne bitten möchte. Wir haben Frank Wagner hier. Hallo, Herr Wagner. Von der Grimmschule in Hamm. Hallo. Hallo. Und Hans-Gitter Hürth von der Oskar-von-Miller-Schule in Kassel. Grüße Sie auch. Hallo. Einmal kurz zu sehen, einmal auf die Bühne. Die beiden sind aber noch gar nicht dran, denn wir machen erst mal ein bisschen grundsätzliches, organisatorisches. Erst mal natürlich, ich hatte schon gesagt, wir zeichnen die ganze Sache auf. Sie müssen aber keine Angst haben, dass Sie sozusagen mit dem Bild sind, wenn Sie es gar nicht wollen, sondern tatsächlich nur der Bereich, der groß zu sehen ist und Impulsgebenden zeigen und so weiter wird aufgezeichnet. Also dass Sie auch im Nachgang die Möglichkeit haben. Wir werden vor allem Impulse hören und auch gerne mit Ihnen und euch in die Diskussion einsteigen. Und wir haben uns dafür entschieden, damit wir wirklich auch Ihre Fragen beantworten können und die auch einen Platz bekommen, dass wir das mithilfe von Mentimeter machen. Eine Fragetool. Und da können Sie also auch, während die Impulse laufen, Ihre Fragen loswerden und stellen an die Impulsgeber. Vorab vielleicht direkt eine kleine Übung zum Kennenlernen und auch ein bisschen warm werden, sodass Sie auch merken, dass das hier auch nicht nur frontal ist, dass ein Mensch redet und alle anderen hören zu, sondern dass Sie auch selber beteiligt sein können. Das üben wir jetzt mal in kleinen Breakout-Sessions und zwar...